Hallo meine Lieben, was ist Mannsein heute? Oder welche Art von Männer braucht die Welt heute? Und man kann natürlich immer in diesen Stereotypen denken und sich daran festhalten und orientieren. Doch geht es wirklich darum? Haben nicht genau diese Stereotypen, diese festgefahrenen Bilder, die Welt zu einem nicht besonders guten Platz gemacht? Egal ob es Kriege waren oder auch wie Männer mit Frauen umgegangen sind. So meine Idee von einem Mann von heute, er ist weniger ein Stereotyp, das ist weniger ein Krieger, das ist weniger ein Kämpfer, sondern er ist in erster Linie authentisch. Er ist der, der er ist. Und wenn dieser Mann aus seinem Herzen heraus handelt, schöneren und besseren Mann geben, das braucht die Welt von heute.